Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Burgbewohnerinnen, hier bei eurem Tastenhauer in Crusader Kings 3 und hier bei unserer Familie der Appaden hier in Pannonien zusammen mit unserem Protagonisten Dennis und seiner neuen Frau, die er als Konkubine hat aufsteigen lassen. Die beiden hier ganz einträchtig beisammen zu Hause, wobei Dennis ja gerade gar nicht zu Hause eigentlich ist. Er ist schon wieder auf Feldzug gegen die ehemaligen Verbündeten, nämlich gegen den Vater seiner Ex-Frau, von der er sich hat scheiden lassen. Prätschlafer erinnert euch vielleicht, denn die ist nicht treu dem talthosistischen Glauben gefolgt und als religiöser Eiferer konnte Dennis das einfach nicht akzeptieren, hat sich jetzt seine nordische Konkubine zur Frau gemacht und sie damit, sie war ja vorher schon Hofspitzelin, quasi aufsteigen lassen in den Rang der ersten Ehefrau. Ja, liebe Leute, wir schauen uns, denke ich mal, jetzt zu Beginn nochmal ein bisschen genauer die ganze Familie aus der Sicht von Großfürst Dennis an, dem unbeugsamen Löwen, damit wir hier nochmal zu Beginn der Staffel einen guten Überblick bekommen, denn wir haben inzwischen zwölf Kinder und eine Menge, Menge Verbindungen, die wir hier, denke ich mal, uns nochmal anschauen müssen. Also, Frau Großfürstin Anna Skulistottir ist jetzt hier unsere neue Frau, ich habe sie eben beschrieben, wir selbst, ihr wisst es ja noch, tapfer, religiös, eifernd, ungeduldig, ziemlich fähiger Kriegsherr, Räuber, Jungjäger, Pilgernd, sehr religiös bedacht, war in den Fußstapfen der Ahnen, also ein zweites Mal bereits auf Pilgerreise unterwegs, misstraut derzeit anderen, auch das werden wir gleich noch ein bisschen genauer ausführen. Ja, und unsere Großfürstin Anna, das ist eine Gesellschaftsfrau, könnte man sagen, eine Frau von Welt, die, tja, so ein bisschen komisch, also sie ist zwar gesellig, begibt sich gerne unter Menschen, hat aber Probleme, Gefühle zu äußern und zu deuten und ist gleichzeitig auch paranoid. Das ist irgendwie eine ganz komische Kombination zusammen mit gesellig, aber sie verbringt ja Zeit mit anderen Menschen, glaubt aber immer an das Schlechte in ihnen und hat Probleme mit Gefühlen umzugehen. Sie ist aber auch eine charismatische Verhandlerin, das kann sie gut, sie ist klug und eine legendäre Frohnatur. Ja, und mit ihr haben wir auch schon drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, aber da kommen wir gleich noch zu. So, unser ältester Sohn, das ist Prinz Mark, der, ähm, ja, leider nicht so der talentierteste Diplomat geworden ist, ein einfältiger Beschwichtiger lediglich, aber mit großem Ehrgeiz ausgestattet und auch grundehrlich und treuherzig, also jemand, auf den wir uns hier verlassen können. Und der ist mit Sophia Garei verlobt worden, die ist noch nicht 16, also noch nicht erwachsen. Das ist die Frau, die wir unter die Fittiche genommen haben, weil sie eine Wunderwirkerin ist. Weihrauch, Gesänge und sonderbare Zauber, Sophia wirkt Wunder mit unkonventionellen Mitteln. Das hat uns irgendwie sehr interessiert als Dänisch, da, ähm, das in unserer Religion als, ja, nahezu heilige Eigenschaft gilt. Deswegen fanden wir auch, dass sie die perfekte Partie für unseren ersten Sohn Mark sein würde. Okay, die, äh, Tochter Anniko ist die zweitälteste in der Riege, schon 17 Jahre alt, ähm, eine statistische, paranoide und maßvolle, undurchschaubare Intrigenspinnerin, die gleichzeitig auch relativ gut aussieht. Ähm, und sie ist verheiratet mit Prinz Gesa, Gesa von Transcarpatien, das, was wir hier relativ zum Schluss erobert hatten. Und über ihn wissen wir bereits, ja, dass er die Ehe gebrochen hat und wir haben ein, äh, ja, ein, ähm, etwas gegen ihn in der Hand sozusagen. Das ist relativ frisch. Gut, schauen wir weiter, dann haben wir noch den, äh, zweiten Sohn, Kahn Endre. Warum ist der Kahn, der ist verheiratet mit einer sehr alten Frau, mit Dilek aus der Wallachai, haben wir ihn verheiratet? Das ist auch ein ganz interessanter Charakter, er ist ein, äh, Schwindler, er ist auch paranoid, so wie seine Mutter, aber gleichzeitig auch gefräßig, also unersättlich und gierig. Er ist also sehr auf die materiellen, ähm, Dinge im Leben aus, so könnte man das sagen. Sieht auch ganz gut aus, offenbar. Und der hat momentan die Eigenschaften zusätzlich engagierter Arbeiter. Dieser Charakter hat vor, den Beweis zu erbringen, dass sich harte Arbeit und Einsatz auszahlen. Also er ist jetzt hier in der Wallachai wirklich super fleißig, offenbar, unterwegs. Beziehungsweise nicht in der Wallachai, sondern er ist, glaube ich, in Hond. Und, ja, befindet sich in Ungvar, das ist, ähm, hier hinten. Okay, so, liebe Leute, gucken wir mal weiter. Dann haben wir noch die Tochter Martha, auch sie ist schon relativ alt, 15 Jahre. Ähm, eine, wie wir, tapfere Frau, aber auch zynisch und schüchtern, ähm, und reizend. Sie ist noch nicht ganz erwachsen, aber fast auch sie sieht gut aus. Und, äh, wir haben sie verlobt mit Prinz Martin, auch der 15 Jahre alt, der, ähm, Herrscher, der Fürst von, Bihar, da haben wir uns sozusagen hier mit eingeheiratet, mit Martha, die auch eine Tochter von Anna übrigens ist. Gut, dann haben wir Tochter Angialka, ähm, die werden wir jetzt tatsächlich mal unter die Haube bringen und verloben. Sie ist jetzt zwölf Jahre alt, rauflustig, sadistisch, paranoid, ähm, stammt vom Pretsch Lover ab, ähm, ähm, die wir jetzt ja hier geschasst haben als Ehefrau. Aber Angialka ist davon ja relativ unberührt, auch in ihrem Glauben. Und hier werden wir mal eine Heirat vornehmen, und zwar in Richtung Böhmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Charakter. Prinzessin Jolanne, unsere Kindheits- und Jugendfreundin, die aber inzwischen leider wahnsinnig geistesgestört ist, ähm, zu der wir nicht so das, ja, innigste Verhältnis inzwischen, glaube ich, mehr haben. Aber zumindest wollen wir, dass, ähm, hier ein Bündnis zwischen uns und dieser Fürstin von Böhmen auch nominell besteht, just in case. Und da bietet sich hier der zweite Sohn Andrasch an. Äh, Gula, der ist bereits verheiratet worden, ihr erster Sohn, aber Andrasch mit zehn Jahren nicht. Und da werden wir entsprechend mal hier eine Heirat mit Angialka arrangieren. Das wird sie auch annehmen. Äh, matrilineal wird es auch möglich sein. Okay, ja, dann, weil es der zweite Sohn ist wahrscheinlich, da machen wir das sogar matrilineal. Das Bündnis ist relativ wertlos auf dem Papier, aber ich denke mal, das ist trotzdem für, äh, alle Beteiligten eine gute Sache. Schicken wir diesen Vorschlag schon mal ab. So, dann haben wir noch eine Tochter, nämlich Jolanne, auch von Pretzschlawer hier eine Tochter. Rauflustig, treuherzig, sieht auch gut aus in ihrem Kindesalter mit zehn Jahren, aber sie werden wir noch nicht verheiraten. Das hat noch mindestens zwei Jahre Zeit. Ich denke mal, bis die zwölf sind, kann man da durchaus warten. Ja, und dann haben wir noch jede Menge noch jüngerer Kinder. Einmal hier Graf Abel, dem haben wir auch schon einen Titel gegeben, nämlich hier Vukovar im Süden. Ähm, Graf Abel Dineshvi, also unser Sohn mit Pretzschlawer auch. Der ist acht Jahre alt und reizend. Ähm, und als Vormund haben wir ihnen unsere Freundin Jolanne damals gegeben. Gut, dann haben wir als nächstes Lampard mit sieben Jahren, der eine Riese, äh, schon sich andeutet zu werden. Auch er ist reizend, natürlich mit hohem Kampfgeschick ausgestattet. Ansonsten können wir zu ihm nicht so viel sagen. Dann haben wir noch mit sechs Jahren einen weiteren Sohn, nämlich Apat, einen zeugungsunfähigen. Das wissen wir natürlich jetzt eigentlich noch nicht genau genommen. Ein nachdenklicher Junge mit Kriegsführungsausbildung. Mal sehen, was aus ihm wird. Auch ein Sohn, den wir mit Pretzschlawer bekommen haben. Da war die Ehe ja doch recht kinderreich in den letzten Jahren. Gut, dann haben wir noch eine Tochter, nämlich Ilona. Die haben wir mit Yagoda Winch, unserer zweiten Konkubine, gezeugt. Sie ist inzüchtig. Herrisch, naja, mal sehen, was daraus wird. Sie ist ja noch sehr jung, mit vier Jahren. Und da gibt es noch einen Sohn mit vier Jahren, nämlich Miklosch, den wir auch mit Pretzschlawer zusammen gezeugt haben. Herrisch, Wohlgestalt, natürlich auch ein Keucher, wie wir dasselbe auch sind. So, da sind wir fast am Ende angekommen. Dann gibt es nur noch Gaspar, den wir zusammen mit Anna gezeugt haben. Einen weiteren kleinen Jungen mit zwei Jahren. Da haben wir natürlich noch gar nichts zu gehört oder gesehen. Der könnte allerdings schon mal einen Vormund hier bekommen. Und die Frage ist, wer das dann am besten machen soll. Ich denke mal, das lassen wir erstmal unsere Frau Anna selbst machen. Ja, super. Okay, gut. Die anderen hatten das hoffentlich alle. Ich gucke es jetzt noch mal nach. Miklosch hat auch keinen Vormund. Na gut, Pretzschlawer fällt natürlich ein bisschen raus. Wen hätten wir denn hier? Das ist natürlich so ein bisschen fraglich mit vier Jahren. Sircan, unser fähiger Schwertmeister mit der Gebrechlichkeit. Der könnte ihn aber mit 63 Jahren vielleicht schon mal beginnen zu unterrichten, was immer das auch bedeutet in so frühen Jahren. Ja, ich denke, das könnten wir machen. Das soll wohl in Ordnung sein. Gut, haben wir das auch? Ich gucke mal. Ilona. Ach, auch die hat keinen Vormund. Das könnte natürlich vielleicht Jagoda selbst irgendwie machen. Oder unsere andere Konkubine Aranka. Ja, ist auch in Ordnung. Soll die das machen? Gehen wir hier mal durch. Dann haben wir hier Apat. Der hat uns selbst als Vormund. Genau. Alles klar. Gut, da müssten die anderen jetzt aber eigentlich alle Vormünder haben. Auch Lampard. Der ist unter Anna. Da kann man natürlich überlegen. Ränkespielausbildung ist bei Anna natürlich genau richtig. Das passt schon. Wunderbar. Gut, das dürfte es dann eigentlich gewesen sein mit den Kindern. Schauen wir mal weiter. Das war es nämlich jetzt immer noch nicht. Wir, habe ich schon angedeutet, haben eben Jolanne als Kindheits- und Jugendfreundin immer noch. Unsere Mündel sind eben Apat mit sechs Jahren und Sophia Garei, die ja nun bald auch erwachsen werden wird. Ja, habe ich noch irgendwen wichtiges vergessen? Wahrscheinlich schon. Man könnte jetzt im Reich noch die Grafen oder die Fürsten hier nochmal durchgehen. Machen wir das nochmal ganz kurz. Zumindest die Prinzen hier. Also wir haben Prinz Mark ja schon vorgestellt. Den kennen wir schon. Dann gibt es noch Prinz Borisch, der eigentlich der purpurene Ritter oder so heißen soll, aber der hier auf Englisch ganz komisch angezeigt wird. Der Fürst von Bugs, der hier mit Prinzessin Dorotja unterwegs ist, treuherzig, unersättlich, sprunghaft und ein fähiger Schwertmeister. So, dann gibt es noch Prinzessin Jophia von Transsilvanien. Zu der haben wir auch jetzt keine sonderliche Beziehung. Maßvoll, arrogant, keusch, eine annehmbare Unterhändlerin und eine Plünderin im militärischen Bereich offenbar. Verheiratet mit Prinz Gjula. Da sind wir vorhin, glaube ich, schon mal kurz drauf gekommen, weil das der älteste Sohn von Jolan nämlich ist. Da hat sich also hier eine Querverbindung ergeben. So, dann haben wir Prinz Takachos. Da haben wir schon häufiger was von gehört. Von Nitra. Ein super, super mächtiger Mann in unserem Reich hier mit diesem wichtigen Fürstentum. Der ist, wie wir, ungeduldig, aber auch fleißig, treuherzig und auch ein fähiger Taktiker. Also auch ein ordentlicher Militärmann, der hier Prinzessin Odola zur Frau hat. Und deswegen auch Schwägerin, weil er ist unser Halbbruder. Also auch eine familiär recht wichtige Figur für uns. So, dann gibt es noch Prinz Marton abschließend. Und Prinz Marton, den hatten wir schon angeschaut vom Bihar. Das ist also der zukünftige Ehemann unserer Tochter Martha. Auch ein religiös eifernder, sturer, feiger und reizender Wohlgestalter Mann, der sich da anschickt, bald erwachsen zu werden. Okay, so, das sind jetzt aber die wichtigsten Figuren gewesen. Und jetzt haben wir hier noch einen Krieg zu führen. Nämlich den Krieg gegen, ich sagte es schon, unseren ehemaligen Schwiegervater, Mistislav, mit 65 Jahren, der hier schon ewig gegen Kanum Dilek in der Wallachai kämpft. Und jetzt, da wir kein Bündnis mehr mit ihm haben, weil wir die Ehefrau eben geschieden haben, seine Tochter, Pretzschlaver, seine älteste Tochter hier mit 40 Jahren. Und deswegen durften wir in den Krieg eintreten und deswegen greifen wir jetzt auch direkt an. Und wir werden das sehr direkt machen auf die moldawische Armee, weil es uns natürlich darum geht, die Armee gleich zu besiegen. Bevor ich darauf zu sprechen komme, aber noch eine Sache. Ich wurde in Kommentaren darauf hingewiesen, dass dieses Komplott für unsere oder in Bezug auf unsere Priesterin Georgi nicht dazu führt, was ich mir davon eigentlich erhoffe, nämlich sie zur Freundin zu machen. Wir haben ja aufgrund unserer Religiosität und unseres Eifers in der Hinsicht eine starke Beziehung. Sie ist auch Hofärztin, sie ist eben unsere Reichspriesterin, bekehrt hier auch fleißig Gemeinden bei uns im Reich und wir wollen sie zur Freundin haben. Aber das geht eben nicht mit Beeinflussen, das können wir hier also mal abbrechen, das brauchen wir gar nicht probieren. Es geht allerdings, gibt es ein solches Komplott und zwar hier im Bereich Diplomatie unter Befreunden. Da kann man das dann freischalten. Also ich werde in absehbarer Zeit tatsächlich mal hier auf Diplomatie für kurze Zeit umschwenken müssen für ein paar Jahre, um hier so ein bisschen in die Richtung zu gehen, weil das ist auf jeden Fall ein Ziel, was sich Dennis gesetzt hat, dass er hier zu seiner Priesterin eine engere Beziehung aufbauen will. Das geht jetzt noch nicht, was wir aber machen können und das habe ich mir überlegt, dass wir, erstmal danke an den Hinweisgeber in den Kommentaren, alternativ können wir jetzt ja folgendes machen. Wir könnten Georgi einfach zur Konkubine machen anstelle von Yagoda. Denn Yagoda ist die einzige Konkubine mit einer fremden Kultur. Sie ist jetzt nicht besonders wichtig, wir haben mit ihr eine vierjährige Tochter, das ist also alles nicht so dramatisch. Dann würde ich sagen, wir machen das. Wir werden sie hier als Konkubine entlassen. So, den Hof wird sie, glaube ich, nicht verlassen, weil sie ja hier ihre Tochter noch bei uns hat. Ich glaube, dann bleibt die. Aber wir können jetzt Georgi entsprechend zur Konkubine machen. Daraus können keine Kinder mehr entstehen, aber das ist auch in Ordnung. Machen wir das. Okay. Gut. Und damit haben wir hier eine engere Beziehung zu Georgi auf diese Art und Weise aufgebaut. Das ist erstmal eine gute Alternative. Vielleicht machen wir sie später noch zur Freundin mal sehen. Aber ich denke, das kommt erst in ein paar Jahren. Denn aktuell ist unser Schwerpunkt ja auch noch für drei weitere Jahre ungefähr gesperrt. Gut. So, dann hatten wir dieses Verlöbnis angeleiert. Das ist auch gut. Dann, was das nächste Ziel nach dem Krieg sein wird, da kommen wir später noch zu. Wir gehen jetzt erstmal in den Krieg selbst hinein. Wo ist unsere Hauptarmee? Diese hier, die größte. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir stellen uns dann schon einmal auf. Und werden einen Angriff hier vorbereiten. Die Frage ist, wo ist das am günstigsten? Er steht hier im Wald. Er braucht noch ewig zum Belagern. Das ist also eine ganz günstige Gelegenheit hier auch. Wald ist jetzt nicht die schlechteste Möglichkeit, jemanden anzugreifen in so einem fremden Land. Und ist auch irgendwie interessant, dass der König Mistislav hier mit der Armee, wo er selber nicht der Anführer ist, dass der hier sein eigenes Land zurückerobern muss. Oh Gott, entschuldigt. Dass er das selbst zurückerobern muss hier bei Barlat. Und dass hier aber zwischenzeitlich schon wieder die komplette Garnison aufgestellt wurde. Also es muss so lange in Feindesand gewesen sein, dieses Gebiet, dass er jetzt hier ewige Zeit lang belagern muss. Finde ich irgendwie ganz interessant. Wir werden uns nicht mit diesen Sekundärarmeen beschäftigen, außer die kommen jetzt irgendwie rein. Dann ist das so. Ach, das ist aber blöd. Das will ich auf gar keinen Fall. Ach, kommt man da denn durch? Ja, da kommt man durch. Man sieht wieder nicht, wo irgendwelche Flüsse sind. Hier fließt irgendwo ein Fluss lang. Also diese Grenzen, kann man die denn nicht irgendwie abwählen oder so? Das ist ja nervig. Ja, da ist so ein Flussgebiet. Es wäre gut, von hier drüben anzugreifen. Von hier und von hier. Das heißt, unsere beiden Hauptarmeen sollten sich auch entsprechend von hier drüben auf den Weg machen. Beide Hauptarmeen heißt also, diese Armee käme noch mit dabei, denke ich mal. So, wir haben ja noch die andere Verbündetenarmee, die aber irgendwie abhaut. Ist die besiegt worden? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, wir müssen natürlich unsere Champions auch zusammenziehen und vor allen Dingen sowas wie unsere leichte Reiterei und die Reiterschützen. Die Armee ist vielleicht nicht ganz so zentral. Die wären noch wichtig für das gepanzerte Fußvolk und die wegen den Reiterschützen. Dann stelle ich die hier schon mal auf. Dann sind das 4500 Mann. Das reicht für die eine Armee wohl schon aus. Wenn die aber reingehen, reicht es wahrscheinlich nicht. Hm. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir die noch mit dazu. Packen die hier hinten rein. und lassen ja, die anderen vielleicht noch irgendwie hier stehen. Das sollte aber okay sein. Die anderen Armeen halten wir mal hier in der Reserve. Das sind hier die Belagerer und die leichte Reiterei. Weiß ich nicht, ob wir Takachos hier gebrauchen. Vielleicht versuchen die eher von hier hinten einzugreifen, wenn das denn dann irgendwie eine Möglichkeit ist. Stellen wir die erstmal hier hin. Ne, wir lassen die erstmal hier so stehen. Okay. Gut, probieren wir es, liebe Leute. Jetzt wird es erstmal einige Nachrichten geben. Genau, wir haben Bündnis mit Jolan geschmiedet durch diese Verlobung von Angialka mit ihrem zweiten Sohn. So viele Nachrichten sind es dann wohl doch nicht. So, jetzt gibt es hier erstmal die Aufstellung. Ich bin mal gespannt. 19 Monate noch. Es hat sich jetzt ein bisschen beschleunigt, aber trotzdem ist das noch ultra lange. Da haben wir Zeit aufzumarschieren und in Ruhe. Ah, guckt mal hier. Und er lässt das auch gleich sein. Er haut ab. Er sieht, dass wir dass wir ihn bedrohen. So, dann meldet sich unser Sohn Marc. Ich habe herausgefunden, dass Graf Wladimils ererbte Versallenbande ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Genau. Das liegt daran, weil Prinz Marc unser Ratskanzler ist derzeit und hier heimische Angelegenheiten tut. Und obwohl er dafür nicht so super geeignet ist, schafft er das hier mit einem guten Grundwert doch anscheinend sehr schön. Also er ist sehr erfolgreich dabei. Wollen wir gegenüber Graf Wladimils mehr einfordern, als wir bisher eingefordert haben? Oder wollen wir ein schwaches Druckmittel gegen ihn? Graf Wladimils Wer bist denn du? Der ist noch nicht verschreckt von uns. Hat auch nicht die beste Meinung von uns. Ich glaube, den hätte ich ganz gerne lieber in der Tasche. Weil ich glaube, Feudalsteuern, das ist wahrscheinlich jetzt hier nicht so ein Riesending, was der dann abgibt. Ne, ich lasse das durchgehen diesmal. Aber wir bekommen immerhin ein schwaches Druckmittel gegen ihn, falls er sich mal irgendwann auflehnen sollte. Ja, kriegen wir diese Armee denn noch gestellt? Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall hinterher. Wir lassen jetzt hier, wir lassen ihn jetzt hier nicht in Ruhe. Hier allerdings würden wir natürlich ihn abfangen können. Aber ihr seht es schon. Verteidigung einer Furt-Hügel-Verteidigung. Das wird ein sehr schwerer Kampf werden im Hügel hier. Und dann auch noch mit der Furt-Verteidigung. Hier allerdings kommt es nur noch zur Hügel-Verteidigung. Dann sind die Chancen gar nicht mal so schlecht. vielleicht sollten wir das machen. Wir sind ja nun doch irgendwie jetzt hier mutig geworden. Wir können auch die Armee hier mal verknüpfen. Mit den vier Champions und diesen riesigen Aufgeboten. Ja, uns fehlen leider unsere Reiterschützen hier. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Die kommen zu spät, aber wenn sie später kommen, könnte ja sein, dass die dann den den Ausgang positiv beeinflussen. Und die wollen auch mit hier rein. Dann ziehen wir hier hinterher. Komm, wir gehen jetzt all in. Das ist jetzt risikoreich, aber wir wissen ja, Dennis ist mutig. Er ist absolut tapfer. Er traut sich das auch im hügeligen Gelände zu, den Gegner erfolgreich zu stellen, der ja auch schon Versorgungsprobleme hat im Vergleich zu uns. Dann probieren wir das. Oha, jetzt wird's spannend. Ob wir das schaffen? Der Gegner... Eieiei, der Gegner... Sind wir hier schon gesperrt? Nein, ne? Uh, Gott sei Dank. Wer hat denn hier noch... Das ist ja wie komische Anzeige hier. Ist das jetzt hier unten oder ist das hier oben? Die marschieren doch nur hier hin. Wer latscht denn da jetzt noch rein? Ach, die! Hm. Sie versuchen tatsächlich jetzt abzuhauen, aber die kriegen wir doch noch gestellt oder nicht? Warum kriegen wir die nicht gestellt? Weil die schon da sind quasi. Hm. Milena Lusici, ein bemerkenswerter Gast, ist eingesprochen mit einem Anspruch auf Lebus. Erwartungen. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Ähm. Sophia, das Mündel tritt an mich mit einer seltenen Anerkennung heran. Oh, wir könnten sogar zur Freundschaft mit unserer Schwiegert, äh, mit unserer, ähm, ja, Schwiegertochter kommen. Das ist es, was es heißt, vormund zu sein. Gewinnt Meinung von uns. Ja, das ist doch, das finden wir doch toll. So, der Basileus ist verstorben, by the way. Hm. 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 Tja, wir kriegen jetzt diese 7000 Mann immer noch nicht gestellt. Das wird jetzt hier eine Jagd querbeet durchs Land. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so schön, dass wir die jetzt nicht abgefangen kriegen und hier oben, da sind auch überall Hügel, ne? Schwellen sind natürlich gerade absolut unterirdisch. Ach, da lasst uns wenigstens hier bei Kreuzburg mal eine Belagerung probieren. Da brauchen wir aber eigentlich Belagerungstruppen. Die sind hier. Holen wir die noch damit zu. Können die das übernehmen zu belagern. Die stellen sich mal nur hier hin. Ihr stellt euch nach Lapuschna da drüben hin und ihr bleibt dann hier stehen. Ja, und diese Armee ist dann trotzdem noch zu groß. Hm. Sogar ein Verteidigungsgebäude hier beim Stamm. Ha. Mal gucken, wie lange wir das aushalten hier im Winter. Ich meine, bald ist der Winter ja auch schon wieder vorbei, wenn man es genau nimmt. So, jetzt wollen sie ach, wir können hier gar nicht belagern. Leider gibt es keinen Fortschritt beziehungsweise doch, aber wir haben eine hohe Festungsstufe dort. Jetzt wollen sie hier hin. Vielleicht wollen sie irgendwo gegenziehen. Dann be my guest, sage ich mal. Ihr bleibt mal hier stehen und ihr kommt da rein. Das passt schon. Mal sehen, was der Gegner jetzt hier macht. Der zieht doch wieder hier oben raus. Hat sich das anders überlegt und Prinz Apat von Temesh. Unser Vassal ist ein Hexer geworden. Na gut. Lassen wir den mal wegbewegen. Ne, jetzt sind unentschieden hier. Wir könnten sie tatsächlich hier stellen und bekämen sogar Boni selber. Also wir bekämen die dann. Aber das machen wir erst, wenn der Gegner hier gelockt ist in der Bewegung. Ist das jetzt schon der Fall? Wo steht denn das nochmal? Sieben Tage verbleibend. Ja, jetzt ist die Bewegung gesperrt. Wir gehen rein. Ach ne, jetzt kriegt er, ach, jetzt ist, ach, weil wir sonst zuerst da gewesen wären, dann hätte er aber abgestoppt. Na gut. gut. Ah, jetzt kriegt er nur noch Hügelverteidigung. Okay. Ja los, liebe Leute, dann alles rein. Jetzt kommt es hier zur Schlacht, die wir erwartet haben. Und da will Dennis sich natürlich nicht zweimal bitten lassen. Es kommt hier direkt zur Schlacht natürlich des unterlegenen Takachos, aber sofort sind die Verstärkungen da. Und jetzt geht es hier los mit einem leichten Nachteil für uns, weil der Gegner einen richtig guten Befehlshaber hat und wir eben jetzt mit Takachos kämpfen müssen. Das ist ein bisschen unglücklich. Hatte ich schon mal angesprochen, dass diese Mechanik doof ist, dass der jetzt nicht der bessere Befehlshaber reinkommt, aber das sollte auf jeden Fall locker reichen, die Gegner hier zu besiegen. So, unser Champion konnte Moku verwunden. Kahn Endre hat Geheimnisse aufspüren beendet. Das ist ja unser Agent hier, unser Sohn, unsere Ratspitze. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können am Hof von Prinz Gesa. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendetwas finden werden. Hier ist weniger los als auf einem Friedhof um die Mittagszeit. Tja, ist unser Misstrauen hier ungerechtfertigt gegenüber Gesa. Ich denke, wir vertrauen unserem Sohn. Ihr werdet es am besten wissen. Das heißt also, er wird jetzt erstmal wieder Komplotte stören. So, jetzt werden die Gegner hier komplett besiegt. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, katholische Populisten. Jetzt gibt es hier nur noch diesen Minibauernpöbel und wir haben einen neuen Vorzug. Da wussten wir ja, was wir nehmen wollten. Wir wollten schrecklich werden für erhöhten Schreckenszuwachs. Sehr schön. Gut. Und jetzt wird unser schrecklicher Ruf noch weiter gestärkt. Wir würfeln allerdings total megamäßig schlecht. Es war ein teuer erkaufter Sieg, aber ein wichtiger Sieg. Hingabestufe wurde erhöht. Wir sind jetzt eine Glaubensikone und haben eine wertvolle Geisel, nämlich den Sohn von Mstislav Jevstafi gefangen genommen. Ein Bruder von Pretschlava, von unserer Ex-Frau. Das ist ja jetzt ein Ding. So, 17% Kriegspunkte, das war aber auch wichtig. Aber unter hohen Verlusten auf beiden Seiten. Naja. Gut. Ja, ihr seht, aufgrund der ganzen verlorenen Schlachten ist der Kriegstand immer noch negativ. Ja, also jetzt wird es darauf ankommen, hier nach und nach die ganzen Gebiete hier zu belagern. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Zunächst einmal werde ich diese Folge hier beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Dennis bleibt natürlich hier am Ball und wird den König von Moldawien hier in die Knie zwingen. Ich denke mal, daran gibt es wenig Zweifel und wir werden dann beim nächsten Mal hier fortfahren. Also, liebe Leute, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt tschau tschau.